Personen beschreiben auf dem C1 oder C2 Niveau. Wie geht das? Und braucht man das wirklich? Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich wirklich fasziniert von der deutschen Sprache bin. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, etwas genau so auszudrücken, wie du möchtest. Du kannst einfach sagen, Lara ist nett. Oder du kannst sagen, Laras Charakter ist von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Ich werde dir heute zeigen, wie du auf dem C1-C2 Niveau den Charakter und den Lebensweg von Personen beschreiben kannst. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Du findest mich natürlich hier auf YouTube, aber auch auf Instagram und TikTok. Schön, dass du da bist. Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu sagen, dass ich für dich alle Informationen aus diesem Video in einer großen PDF-Datei zusammengefasst habe. Du kannst dir diese PDF-Datei jetzt mit einem Link-Klick herunterladen und parallel mit dem Video lernen. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein, lade dir die Datei herunter und schau dir dann das Video weiter. Nachdem du deine E-Mail-Adresse eingetragen hast, wirst du zweimal pro Woche meine Newsletter bekommen. In meinem Newsletter gibt es immer wertvolle Tipps zur deutschen Sprache. Dann wirst du noch besser Deutsch sprechen. Wenn du den Newsletter nicht mehr haben möchtest, nicht mehr abonnieren möchtest, dann kannst du ihn ganz einfach in der E-Mail unten abbestellen. Okay, es geht weiter. Wenn du dir dieses Video anschaust, wirst du vielleicht sagen, Aber Natalia, auf der Straße sprich doch niemand so gehoben Deutsch. Da hast du vollkommen recht. Aber ist es nicht mega interessant auszuprobieren, wie weit wir mit der deutschen Sprache gehen können? Ich habe schon ein ähnliches Video vor ein paar Wochen gepostet und das Video kam bei euch sehr, sehr gut an. Das Video hieß meine Routine auf dem C1-Niveau und davor habe ich noch meinen Weg zum C1-Niveau aufgenommen. Und beide diese Videos habt ihr geliebt. Deshalb hoffe ich, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass dieses Video auch sehr gut bei euch ankommt. Hast du schon eine gute Grammatik- und Wortschatzbasis? Kannst aber immer noch nicht die Sätze auf dem hohen, fortgeschrittenen Niveau formulieren? Erkennst du dich wieder? Vielleicht verstehst du alles, kannst aber noch nicht so gut Deutsch sprechen. Wenn ja, dann finde dir einen Privatlehrer bei Preply. Du brauchst einen Lehrer, mit dem du jede Woche regelmäßig dein Deutsch üben kannst. Du brauchst einen Lehrer, der dich korrigiert, der gut ausgebildet und gut qualifiziert ist. Preply hat über 50.000 qualifizierte LehrerInnen. Ich arbeite mit Preply seit über drei Jahren. Meine Spanischlehrerin habe ich auch bei Preply gefunden. Mit meinem Code NATALIA50 bekommst du sogar 50% Rabatt bei der Buchung deines ersten Unterrichts. Achte darauf, dass dein Account ganz neu ist. Melde dich an, finde dir einen Lehrer, mach dir einen Lernplan und übe regelmäßig. Wenn du an einer Sache regelmäßig arbeitest, dann wirst du automatisch besser. Man wird immer besser, wenn man konstant bleibt. Den Link zu Preply findest du unter dem Video in der Beschreibung. Klicke auf den Link, buche deinen Unterricht und bleib unbedingt dran. Und es geht weiter mit unserem Thema Personenbeschreibung auf dem C1 Niveau. Dieses Video habe ich sehr besonders aufgebaut. Stell dir jetzt für die nächsten Minuten einfach vor, du wärst Schriftstellerin oder Autor und arbeitest an deinem ersten eigenen Roman. In diesem Roman gibt es drei Hauptpersonen, die wir jetzt zusammen auf dem C1 Niveau beschreiben. Dafür verwende ich Formulierungen aus meinen Intensivkursen, die ich dir genauer erklären werde. Also alle diese Themen behandeln wir in meinem C1 Kurs. Diese Formulierungen habe ich jetzt in das Video integriert. Unser Roman handelt von drei Personen, die zwar alle in Frankfurt leben, sich aber noch nie begegnet sind. Durch einen Zufall lernen sie sich kennen. Die Hauptfigur unseres Romans ist Lara. Lara ist eine junge Frau, Anfang 20 und US-Amerikanerin. Es ist ihr sehnlichster Wunsch, ein Medizinstudium in Deutschland zu absolvieren. In der kommenden Woche beginnt sie mit einem Deutschkurs auf dem C1 Niveau, um alle erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen für das Studium zu erfüllen. In ihrer Heimat schlug sich Lara oft mit ihren Freundinnen in diversen Clubs die Nacht um die Ohren. Hier in Frankfurt konnte sie jedoch noch keine Freundschaften knüpfen. Die meiste Zeit sitzt sie mutterseelenallein in ihrem Zimmer und lernt Deutsch. Schau dir zuerst die interessante Grammatik in diesen Sätzen an. Es ist ihr sehnlichster Wunsch, ein Medizinstudium in Deutschland zu absolvieren. Hier siehst du das Pronomen ES. ES steht oft für neutrale Nomen, Zeitangaben und das Wetter. Das Auto ist neu. Es ist neu. Es ist schon fast 12 Uhr. Es regnet. Es ist windig. Aber in unserem Satz steht das Pronomen ES für einen gesamten Nebensatz. Es ist ihr sehnlichster Wunsch, ein Medizinstudium in Deutschland zu absolvieren. Was ist ihr sehnlichster Wunsch, ein Medizinstudium in Deutschland zu absolvieren? Du kannst die Reihenfolge von Haupt- und Nebensatz auch vertauschen. Aber dann brauchst du das Pronomen ES nicht. Zum Beispiel, ein Medizinstudium in Deutschland zu absolvieren, ist ihr sehnlichster Wunsch. Das Adjektiv sehnlich bedeutet übrigens, dass du dir eine bestimmte Sache schon sehr lange wünschst. Dich also nach dieser Sache sehnst. Sich nach etwas sehnen. Was ist eigentlich dein sehnlichster Wunsch? Wenn du ihn mir verraten willst, schreib ihn mir in die Kommentare unter diesem Video. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass es für viele meiner SchülerInnen schwierig ist, herauszufinden, wann man das Pronomen ES verwendet und wann man es weglassen muss. Vielleicht geht es dir auch so. Wenn ja, dann habe ich genau das Richtige für dich. Denn in meinem CR1-Intensivkurs habe ich ein ausführliches Grammatikvideo und sehr viele interaktive Übungen zum Pronomen ES für dich vorbereitet. Den Link zum Kurs findest du in der Infobox. Melde dich gerne an und lerne oder übe dieses Thema noch ausführlicher. Ich möchte dir noch eine interessante Konstruktion zeigen. In den kommenden Wochen beginnt sie mit ihrem Deutschkurs auf dem C1-Niveau. Die Woche, die kommt, ist die kommende Woche. Hier wird das Partizip 1 von kommen als Attribut verwendet, um die Woche näher zu beschreiben. Die Woche, die kommt. Die kommende Woche. Du kannst auch sagen, der kommende Urlaub. Der nächste Urlaub. Das kommende Jahr. Das nächste Jahr. Das Jahr, das kommt. Diese Konstruktion heißt Partizipialattribut. Also es gibt das Partizipialattribut mit dem Partizip 1 und Partizip 2. Ja, das Partizip 2 lassen wir für später. Okay, in unserem Beispiel, in dieser Beschreibung gibt es noch mehr interessante Formulierungen. Schau dir diese Metaphern, also diese sprachlichen Bilder, mal genauer an. Sei ehrlich, wann hast du dir das letzte Mal die Nacht um die Ohren geschlagen? Also wann warst du das letzte Mal die ganze Nacht unterwegs und hast mit deinen FreundInnen in Bars und Clubs gefeiert? Wenn du dir die Nacht um die Ohren schlägst, dann schläfst du nicht, weil du feierst oder für eine wichtige Prüfung lernst. Also die Nacht um die Ohren schlagen, sehr lange nicht schlafen oder sehr lange wach sein. Die nächste Konstruktion ist Freundschaften knüpfen. Das Verb knüpfen in der wortwörtlichen Bedeutung verwendet man für das Herstellen von Teppichen. Dafür brauchst du viel Zeit und Geduld. So ist es auch mit Freundschaften. Denn neue Freunde findest du nicht von heute auf morgen, also nicht so schnell. Du kannst auch Kontakte knüpfen, indem du deine KollegInnen und NachbarInnen besser kennenlernst. Freundschaften knüpfen, Kontakte knüpfen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin zwar erst drei Wochen in Frankfurt, dennoch habe ich schon ein paar Kontakte geknüpft. Dieser Satz bedeutet, dass du schon ein paar Leute kennengelernt hast. Übrigens, in diesem Beispiel habe ich das Wort erst und nicht nur verwendet. Falls du den Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern lernen möchtest, erst und nur, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Das Video ist sehr nützlich und sehr ausführlich. Das wird dir helfen, diese zwei Wörter in der Zukunft richtig zu verwenden. Jetzt haben wir so viel von Lara erfahren. Dieses Foto von Lara habe ich übrigens von der künstlichen Intelligenz generieren lassen. Dafür habe ich einfach unsere Personenbeschreibung eingegeben und dann wurde das Foto generiert. KI ist manchmal richtig cool. Das war unsere erste Personenbeschreibung auf dem C1 Niveau. Der zweite Protagonist des Romans ist Mario. Mario ist ein Mann mittleren Alters, der derzeit in dem der Sprachschule gegenüberliegenden Kaffee tätig ist. Mario hat die Schule abgebrochen, war als Backpacker unterwegs und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Im Moment hat er sich mal wieder bei seiner betagten Mutter einquartiert. Anstatt für ihr Wohlergehen Sorge zu tragen, zieht er mit seinen Freunden um die Häuser. Niemals käme er auf den Gedanken, freiwillig einen Sprachkurs zu besuchen. Es sei denn, ihm würde dort die Liebe seines Lebens begegnen. Auch diese Personenbeschreibung ist vollgepackt mit gehobenen Strukturen und Formulierungen, die du auf dem C1 Niveau verstehen und idealerweise auch selbst verwenden können solltest. Lass uns mit der schwierigsten Konstruktion anfangen. Das der Sprachschule gegenüberliegende Kaffee. Was ist das besondere Merkmal dieses Kaffees? Es ist das Kaffee, das der Sprachschule gegenüberliegt, sich also auf der anderen Straßenseite befindet. Es ist das Kaffee, das der Sprachschule gegenüberliegt. Und genau in diesem Kaffee arbeitet Mario. In einfachen Worten könntest du also sagen, Mario ist ein Mann mittleren Alters, der derzeit in dem Kaffee, das der Sprachschule gegenüberliegt, tätig ist. Das ist ein Relativsatz. Dieser Relativsatz klingt nicht besonders schön. Aber du kannst ihn in einen Partizipialsatz umwandeln, dann klingt er deutlich gehobener. Mario ist ein Mann mittleren Alters, der derzeit in dem der Sprachschule gegenüberliegenden Kaffee tätig ist. Du hast aus einem Nebensatz einen Satz mit einem erweiterten Partizip gemacht, also einen Partizipialsatz. Willst du auch solche Sätze bilden können? Ich zeige es dir auch in meinem C1-Intensivkurs Schritt für Schritt. Die nächste interessante Formulierung ist Sorge tragen für jemanden oder etwas. Sorge tragen für jemanden oder etwas plus Akkusativ. Das ist eine Nomenverbverbindung, die du synonym für sich sorgen um verwenden kannst. Sich sorgen um plus Akkusativ. Oder Sorge tragen für jemanden oder etwas. Nomenverbverbindungen kannst du verwenden, um deine Texte abwechslungsreicher zu gestalten und nicht immer die gleichen Verben zu benutzen. Mit Nomenverbverbindungen klingen deine Sätze einfach viel gehobener. Schau jetzt einmal auf den letzten Satz in diesem Abschnitt. Er steckt voller interessanter Formulierungen, findest du nicht? Niemals käme er auf den Gedanken, freiwillig einen Sprachkurs zu besuchen. Du kannst auch sagen, niemals würde Mario auf den Gedanken kommen, freiwillig einen Sprachkurs zu besuchen. Mario würde sich niemals denken, ich möchte jetzt gerne einen Sprachkurs machen. Du kannst diese Wendung auch benutzen, wenn du deinem Freund oder deine Freundin vorsichtig einen Vorschlag machen möchtest. Du kannst sagen, bist du schon mal auf den Gedanken oder auf die Idee gekommen, einen Deutschkurs zu machen oder zu besuchen? Unser Mario käme also niemals auf den Gedanken, freiwillig einen Sprachkurs zu besuchen. Stimmt das wirklich? Nein, denn es gibt eine Einschränkung, eine Ausnahme. Achte ganz genau auf diesen Satz. Niemals käme er auf den Gedanken, freiwillig einen Sprachkurs zu besuchen. Es sei denn, ihm würde dort die Liebe seines Lebens begegnen. Ein sehr schöner und komplexer Satz. Hier siehst du den restriktiven Konnektor. Es sei denn, mit diesem Konnektor machst du eine Einschränkung. Lernst du heute Deutsch? Ja, natürlich. Es sei denn, mein Internet funktioniert nicht. Also auf dem B2-Niveau würdest du sagen, außer. Ich lerne heute Deutsch, außer mein Internet funktioniert nicht. Auf dem C1- oder C2-Niveau benutzt du den Konnektor, es sei denn. Es sei denn, mein Internet funktioniert nicht. Zwei interessante sprachliche Bilder musst du dir in dieser Beschreibung unbedingt noch ansehen. Sich durchschlagen. Sich durchschlagen. Bei diesem Verb geht es nicht darum, dass du jemanden schlägst, sondern darum, dass du dich durch dein Leben kämpfst. Du hast keinen Schulabschluss und keinen Beruf. Du arbeitest mal hier, mal dort und hast oft nicht genug Geld. Dann musst du dich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen. Und noch eine Konstruktion. Um die Häuser ziehen. Aber solange Mario noch mit seinen Freunden um die Häuser ziehen kann, geht es ihm wohl nicht so schlecht. Also wenn du mit Freunden um die Häuser ziehst, bedeutet das, dass du nachts mit deinen Freunden in der Stadt unterwegs bist, von einer Bar zur nächsten gehst und dort richtig feierst. Also um die Häuser ziehen, feiern gehen, Spaß haben und sich nicht so viel Gedanken um das Leben machen. Und genau so ist Mario. Und dieses Foto von Mario habe ich auch mit der KI erstellt. Ehrlich gesagt habe ich mir Mario ganz anders vorgestellt. Und du? Schreib es in die Kommentare. Unsere dritte Schlüsselfigur heißt Helene. Helene ist bereits im fortgeschrittenen Alter und zog zwei Töchter groß. Der Plan ihrer Eltern sah vor, dass Helene deren Anwaltskanzlei übernehme. Aber ungeachtet dessen zog es sie in die weite Welt hinaus. In ihrer Jugend kam Helene viel rum und ließ wirklich nichts aus. Aber seit ihrer Ausbildung zur Deutschtrainerin arbeitet sie an einer Sprachschule in Frankfurt. Und es steht außer Zweifel, dass sie ihre Tätigkeit mit vollem Einsatz ausübt. Ich möchte dir in dieser Beschreibung vier interessante Formulierungen zeigen. Das ist wirklich meine Lieblingsbeschreibung, die ist richtig gut geworden. Zuerst ein Satz mit einem Konzessivkonnektor. Der Plan ihrer Eltern sah vor, dass Helene deren Anwaltskanzlei übernehme. Aber ungeachtet dessen, trotzdem zog es sie in die weite Welt hinaus. Also Helenes Eltern wollten, dass sie die Anwaltskanzlei übernimmt. Aber Helene wollte lieber reisen. Die Pläne ihrer Eltern waren ein Hindernis für sie. Trotzdem macht sie sich auf den Weg. Mit dem Konnektor, ungeachtet dessen oder ungeachtet dessen das, kannst du Hindernisse auf dem Weg zu deinem Ziel beschreiben. Ungeachtet dessen, dass ich die C1-Prüfung noch nicht bestanden habe, studiere ich schon. Also ich habe die Prüfung noch nicht bestanden, aber ich konnte schon studieren. Trotzdem konnte ich schon studieren. In dieser Beschreibung gibt es noch eine Nomen-Verb-Verbindung, die wirklich oft verwendet wird. Außer Zweifel stehen. Es steht außer Zweifel, dass Helene ihre Tätigkeit mit vollem Einsatz ausübt. Außer Zweifel stehen ist eine Nomen-Verb-Verbindung, die eine passive Bedeutung hat. Sie bedeutet, dass Helenes Leidenschaft für den Deutschunterricht von niemandem angezweifelt wird. Du könntest auch sagen, es ist allen klar, dass Helene eine sehr engagierte Deutschlehrerin ist. Aber es klingt einfach nicht so schön, nicht so gehoben. Zum Schluss möchte ich dir noch zwei interessante Wendungen zeigen. Viel rumkommen und nichts auslassen. Beide Wendungen verwendest du eher dann, wenn du deinen Freundinnen und Kolleginnen bei einem Glas Bier von deiner wilden Vergangenheit erzählst. Wenn du viel rumgekommen bist, hast du viel von der Welt gesehen. Du bist viel gereist und kannst durchaus sagen, früher bin ich viel rumgekommen. Aber seitdem ich Familie habe, verbringe ich mehr Zeit zu Hause. Bist du viel rumgekommen? Ich schon. Wenn du auf deinen Reisen nichts ausgelassen hast, dann hast du wirklich alles Mögliche gemacht. Du hast dir die Nächte um die Ohren geschlagen, bist mit wildfremden Menschen um die Häuser gezogen, auf Berge gestiegen und hast unter freiem Himmel geschlafen. Du kannst also bei einem Glas Bier sagen, als ich jünger war, habe ich wirklich nichts ausgelassen. Ich blieb auf jeder Party bis zum Schluss. Helenes Bild habe ich übrigens auch mit einer KI kreiert. Ich finde, die Bilder sind wirklich toll geworden. Und wie fandest du unsere Personenbeschreibungen? Ja, manche Ausdrücke klingen vielleicht ein bisschen abgehoben und nicht authentisch, aber genau darum geht es auf dem hohen C1-C2-Niveau. Du lernst dich so auszudrücken, dass du deine Gedanken, Emotionen und deine Meinung vermitteln kannst, ohne ständig nach den richtigen Wörtern oder dem richtigen Fall zu suchen. Und du verstehst auch, welche unterschwelligen Botschaften dir deine Kolleginnen und Freundinnen vermitteln, wenn sie bestimmte Verben oder Satzkonstruktionen verwenden. Also die Bedeutungen, die unterschwellig sind, die nicht so ganz klar sind. Jetzt haben wir so lange über die drei Hauptfiguren unseres Romans gesprochen. Ich möchte endlich wissen, wie sie sich kennengelernt haben und was danach passiert. Es liegt in deiner Hand. Alles, was du dazu brauchst, ist deine Fantasie und gute Deutschkenntnisse. Die Fantasie hast du selbst. Bei den Deutschkenntnissen kann ich dir ein bisschen helfen. Schau mal in die Infobox unter diesem Video. Dort findest du die Links zu all meinen Intensivkursen von A1 bis C1. Such dir einen passenden Kurs raus und melde dich an. Ich freue mich darauf, dich beim Deutsch lernen zu unterstützen und dich auf diesem Weg zu begleiten. Und natürlich kannst du jetzt in die Kommentare schreiben, was du denkst, wie sich diese drei Personen kennengelernt haben. Ich bin gespannt und schreib unbedingt, was danach passiert. Die PDF-Dateien mit allen Konstruktionen und Erklärungen aus diesem Video kannst du dir kostenlos herunterladen. Unterstütze mich mit einem Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, bleib dran und bleib fleißig. Ciao! Bis zum nächsten Mal.